Alter, was ist das? Ein Ring. Ein interessanter Ring. Ein Orangenstein. Geht aus wie ein alter Oma-Ring. Geht aus wie ein alter Oma-Ring. Wie es noch nicht wartet ist. Ich habe gesehen, dass es was cooles ist. Ein Anhänger. Wie es auch noch nicht was draufsteht. Da sind irgendwelche drei Löwen eingraviert und eine Schrift. Ein interessanter Fund. Ich bin gespannt. Es scheint aber nicht allzu alt zu sein. Vielleicht. 1900 auf jeden Fall. Vielleicht um die 40er Jahre. Vielleicht was Neues. Ich weiß es nicht. Nach Stunden des Suchens und des Nichts Findens habe ich gerade ein Signal gehabt und ich dachte, es wäre einfach nichts, wie immer. Aber es ist ein Ring. Mit einem schwarzen Stein. Das steht drin. 560 SW. Schöne D. Und hier haben wir wieder was Interessantes. Und zwar ein Indianer. Ein kleiner Indianer, der irgendwie komisch aussieht. Der ist sogar noch mit Farbe dran. Und der ist aus Metall. Und der hat in der Hand ein Messer und einen Tomahawk. Ein sehr geiler Indianer. Was habe ich denn hier schönes gefunden? Was habe ich denn hier schönes gefunden? Alter, was ist das denn? 5 Reichsmark. Ich habe mich auch wieder alles verschrottet. Ich bin hier ähnelt. Ich bin näher wie an diesen geschissenen Weg hier. Komm. Ich bin hier hin. Wenn ich an diesen geschissenen Weg her komme. Ich bin hierher. Ich bin dafür. Das ist ein Schiff. improblich. Ich bin hierher. Aber diese sind schon wieder. Vielen Dank. Zeig mal von drin. Ich dachte mir, so ein dünnes Blech kann auch kein deutscher Helm sein. Was findest du da? Was findest du da? Was findest du da? Was findest du da? Das ist ja wirklich eine feine Präsentmischung. Das ist ja wirklich eine feine Präsentmischung. Was findest du da? 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 Was findest du da?